Willkommen zurück bei Kingdom Hearts Buds by Sleep. Wir haben beim letzten Mal die nächste Welt freigeschaltet, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre oder täuschen sollte. Nämlich den mystischen Turm, wo wir jetzt tatsächlich, glaube ich, auch einfach mal landen werden, weil wir müssen mal mit unserem netten, lieben, wunderbaren Zauberer reden und den fragen, was denn da los ist hier. Ich erinnere mich, der Turm existierte auch schon in den anderen Kingdom Hearts Teilen, beziehungsweise zumindest in Kingdom Hearts 2, glaube ich. Hallo, Mickey! Der hat uns gar nicht wahrgenommen. Total ignorant. Mysterious Tower, der mystische Turm. Okay. Und hier haben wir auch niemanden, das hätte ich tatsächlich fast schon nicht erwartet eigentlich. Ventus, wir brauchen für dich noch ein Herz. Also eine zweite Fähigkeit nämlich an. Oder so eine Art. Da haben wir's. Auto-Konter. Auto-Konter. Und noch was. Da haben wir noch einen Stern bekommen. Dammit. Hallöchen. Kann ich jetzt theoretisch, ich kann, äh, verdammt. Doch. Und zwar mit Cinderella. Cinderella hatten wir auch schon versucht, beziehungsweise wir hatten sie im Kampf bereits eingesetzt. Stopp, das sind wir haben. Auto-Erholung, okay. Leider. Was? Nichts. Was? Ich verstehe nicht, was es gerade unter und nur war. Okay. So, immer das jetzt zu merkwürdiges war. Okay, kriegen wir noch mehr, ähm, universierte hier. Bitte hier irgendwo? Nein. Vita. Moment mal, Vita erhalten. Haben wir gerade tatsächlich Vita erhalten? Moment, haben wir gerade Vita erhalten? Apropos, wir können wieder fusionieren. Äh, den Schwertwurf mit Blitz. Aber das ergibt wahrscheinlich, ergibt Betäubungsklinge, super. Äh, ne, Moment, Betäubungsklinge haben wir noch gar nicht. Doch, haben wir wohl. Hatten wir wohl, oder? Das ist doch zum Fesselschlag geworden, oder nicht? Äh. Ähm, ja. Irgendwie kann ich aber nichts weiter raus. Blitz halt. Aha. Da ist Vita tatsächlich. Ja, aber den, ne, den möchte ich nicht. Ähm. Ich möchte tatsächlich mal was austauschen. Und zwar hätte ich gerne meinen Blitz weg, dafür mal, ich hab zweimal Vita, Vita rein und den einen Schwertwurf weg. Und dafür Eis rein. Wir hoffen, dass das irgendwas anderes bringt. Also, zur Fusion halt irgendwas anderes bringt. I don't know. Magie-Formeln. Formel für Magie-Kommandos. Okay. Kriegen wir uns hier auf der Treppe noch... Nein. Keine universierten... Unversierten. Nicht universierten. Unversierten. Master Yen-Sith. Mein Name ist Terra. Ja. Ja. Errikus' pupil. Ich habe dich erwartet. Es ist der Unversierten. Ja. Master Yen-Sith. Ich dachte, es ist besser, zu suchen die Unterstützung von einem wiser als ich. Ich bin nicht mehr ein Master. Ich verweigte diese Worte. Aber Herr, war das dein Pupil? Ich habe auf den Weg in den Weg gebracht. Er hat eine Kieblad. Du erwähntest du Michi. Er ist auch hier eine Gelegenheit. Als König ist er gut und nett, aber der Wettbewerb von einem Kräumen hat ihn nicht verletzt. Er hat sich mit einem Objekt, mit seiner Macht, das er nicht versteht oder weiß, wie es zu kontrollieren. Michi erinnert, dass meine Star-Shard wird von Hilfe in seiner aktuellen Reise. Und wie du, er ist bereit, zu benutzen seine Kabel, um alles richtig zu stellen. Ich bin nicht sicher, dass ich überhaupt nicht verstehe, was falsch ist. Master Xehanort ist verletzt. Und jetzt habe ich gelernt, dass es ein Mast-Boer, der zu kontrollieren, die unverletzt sind. Wenn du auf die Wahrheit gekommen bist, sollte man vielleicht Dinge anders beherrschen. Erstens, erinnere sie ein und das gleiche Problem. Der Master Xehanort und der Unverletzt sind irgendwie verbunden? Ich muss keine Erinnerungen machen. Find Xehanort, Terra. Das ist, wo du beginnst. Was mach ich denn gerade? Ja, Sir. Ich hatte Hoffnung, Xehanort. Dein Herz würde dich nicht mehr anstrengen. Das ist nur noch die Arena. Also, rein theoretisch. Terra. Master Xehanort. Terra. From see me at once. So, ja. Das ist ein Thema. Wir suchen ihn. Ich glaube, er hat uns gefunden. Alright. Achso, da oben haben wir jetzt eine neue Welt. Und da sehen wir auch sogar noch eine versteckte Welt. Was ist das? Agrabah? Ne, das ist nicht Agrabah. Was ist das? Agrabah kennen wir auch schon. Aus Kingdom Hearts. I don't know. Eins oder zwei. Neu? Fragezeichen. Kampfstufe 0. Schätze 0. Wir können aber auch zur Arena gehen. Aber ich möchte eigentlich erstmal gern hier hin. Master Xehanort. Ich bin in andere Welt. Ich weiß alles über die Dinge, die du getan hast. Ich verstehe einfach nicht warum. Niemand hat sich die Licht aus dem Demon, den ich habe. Du musst jetzt wissen, was der Mann im Masken. Sein Name ist Vanitas. Ein Kreatur von pure darkness. Ein von meinem Schwerpunkt. Vanitas. Du sagst mir, dass er von dir kommt? Er kommt von Ventus. Ventus? Ja. Vanitas ist die darkness, die in deinem Freund war. Es war ein Verkauf. Wenn ich mit mir trainiert bin, Ventus zurückgebracht hat. Und es war nur ein Weg, um ihn zu retten. Ich habe ihn weg. Ich habe ihn weg. Und damit ist Vanitas. In der Prozess, ich verletzte Ventus' Herz in der schlimmste Weise. Ich habe das, was ich fühlt war, und er hat ihn mit Herakus. Ich wusste, dass der Mann nicht mit mir war. Der Mann, der in St. Rivas war. Sie sind. Master Xehanort. Ventus hat seitdem viel besser geworden. Du solltest dich nicht verraten, um ihn zu retten zu retten. Na, danke, Mann. Du kennst das. Du wirst wissen, wie man einen alten Manns Kunst an ihm setzt. Also das war's. Ein Rückblick? Oder wie? Also... Ich vertraue dem Typen trotzdem nicht so ganz. Also... Irgendwie ist er mir... ...trotz allem sehr suspekt. ... Was ist das? Das Junge, ist er okay? Ich will sie sehen. Ich bin Chara. Was ist dein Name? Vente. Du kannst sprechen. Aqua, komm hier! Hi, ich bin Aqua. Terra. Aqua. So, bist du hier mit uns trainieren? Wo bist du? Wer ist das Mann mit dir? Du bist gut mit der Keeblade? Whoa, was ist das Problem? Du bist okay? Was hast du gemacht? Nichts. Ich... Ich habe ihn einfach ein paar Sachen gefragt. Ventus kann nicht erzählen dir nichts. Weil er nicht erinnern kann. Oh, okay. Um... Master, warum ist Benidus noch frei? Ah, ja. Ja, ich habe mein Bestes gemacht, um ihn zu erinnern, aber... Er hat es geschafft. Benidus benutzt die Keeblade, um die Säden der Dunkelheit zu erinnern. Und jetzt sieht man die Welt mit seinen Schäden der Dunkelheit zu erinnern. Die Unversed. Er hat keine Schäden der Dunkelheit zu erinnern. Die Keeblade ist nicht seine Schäden der Dunkelheit zu erinnern. Die sieben Prinzessinnen. Die sieben Prinzessinnen. Die sieben Prinzessinnen. Warum habe ich das Gefühl, der nutzt ihn aus? Warum habe ich das Gefühl, dass irgendwas an dem ganzen Scheiß nicht stimmt? Und... Vor allen Dingen, ist der Typ mit der Maske da, den wir am Anfang bei Meister Senaroth gesehen haben. Ähm... Ist das... Das ist... Das ist... Das ist... Da kommen wir nicht mehr hin. Okay. Radiant Garden Stufe 4. Kampfstufe 4, Schätze 0. Aha. Da haben wir den Turm. Können wir auch so hin und her fliegen. Während des Aufbruchs. Wir können auch Schätze nur... Was? Wir haben hier nicht alle Schätze gesammelt. Mirage Arena können wir theoretisch auch... Warum habe ich hier nicht alle Schätze, bitte? Im Zwergenwald habe ich nicht alle... Schätze. Ähm. Ich würde gerne mal kurz in die Arena diese Welt besuchen. Und wir müssen wissen, wie diese Arena aufgeboten ist. Wir erinnern uns an die Hades Arena. Eigentlich habe ich jetzt nicht vor, irgendwelche Cups zu machen. Mirage Arena. Aber wir gucken uns das Ganze auf jeden Fall mal an. Und vor allem weiß ich nicht, eventuell bin ich auch zur Zeit noch viel zu schwach, um da überhaupt was zu sagen zu haben. Wer weiß. Erinnern uns an die Hades Arena stellen. Mehrere Spiele holen wir zur Verfügung. Arena, Kommandobrett, Karambolage-Rennen. Wählt die Farbe deiner Ausrüstung. Ausrüstung? Lassen wir einfach so, wie sie ist. Das ist scheißegal, was für eine Farbe man eine Ausrüstung hat. Medaillentausch? Medaillentausch? Gruppenvita? 180 Medaillen. Steh auf, Männchen. Okay, 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 okay. Wie geht das jetzt? Arena, Kommandobrett. Spiele an... Okay, wir spielen nur auf dem Kommandobrett. Äh. Was ist das? Nee, nee, Schlüsselbrett. Spieler 2. Moment mal, geht das nur im Multiplayer? Oder wie? Spieler 2. Punkt ist hier 5000. Okay. Ich bin gerade total verwirrt. Dieses eigene Studieren, nein. Schüsselbrett begeht... Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue, muss ich gestehen. Also so, absolut überhaupt keine Ahnung. Wir wollten uns aber nicht erzählen, dass das ein Online-Feature ist, oder? Nee, dann müsste ich mich einloggen. Glaube ich. Ich bin gerade arg verwirrt. Punkte ziel 5000 nach des Aufbruchs. Terra gegen Ventus. Acht. Okay. 101 Terra. Trümpfe startet. Hat mir gar niemand die Regeln erklärt? Nee, warum auch? Und 3. Jetzt habe ich entscheiden, welche Richtung. Da ist... 1% hoch. Da ist... Ich habe keine Ahnung, was. Und... Wie kann ich denn das hier... Haha. Geil. Da gibt es 150 Punkte. 150 klingt schon mal gar nicht mal schlecht, aber... Was ist das denn? Hier ist ja ein tolles Ereignisfeld. Was? Kontrollpunkt-Bonus. 300 Punkte erhalten. Well, I don't get it. Vielleicht hätte man sich vorher die Regeln durchlesen müssen. Ich habe jetzt 100 Punkte verloren. Was ist denn alles? Trümpfe. Zwei Würfel. Punkteschutz. Drei Würfel. Verwirren. Okay. Option. Haha. Würfel. Okay. Äh. Da sind 300 Punkte. Klingt doch ganz geil. Legst du einen Kommando auf dieses Feld? Äh. Ja? Schlaf, Luftgrätsche, Grätsche, Feuersalber, Schlaf. Sicher. I-I don't understand this shit right now. Also ich verstehe überhaupt überhaupt nicht, was ich hier tue. Der müsste jetzt eigentlich nochmal Minuspunkte bekommen. Ne, muss, kann ich. Okay, aussehen. Ja, das klingt doch geil. Kriege ich Punkte? Ja, 300 Punkte. Und jetzt kriege ich nochmal, oder? Ach, ich kriege füllende Verkommando-Karte auf. Bonusfeld. Zum Stehen. Abkaufen. Wie abkaufen? Kaufen 800 Punkte. Wie soll denn kaufen? Hä? Ich kenne die Spielregeln halt nicht. Das ist vielleicht gar nicht mal so geil. Ja, vor allen Dingen, das sind meine Sachen. Zwei-Felder-Kette. Wert angrenzender Felder mit gleichen Karten-Syvon um 10% gestiegen. What? Alter. Ähm. Jo, die Regeln müsste ich mir dann vielleicht irgendwann mal durchlesen. Jo, müsste ich. Wäre voll knorke. Gehen da lang. Ich schenke das überhaupt nicht. Ich schenke das überhaupt nicht. Gehen wir auf mein Feld und zeigt dann, was passiert. Jetzt gradet er das ab. Ich verstehe nicht, was das bedeutet. Ich mach das mal aufschlussend. Ich verstehe es nicht. Dann gerne. Okay. Lass da bitte drauf landen. Nein, kommt nicht. Ja. Ähm. Ähm. Gibt es hier irgendwie... ... ... Felder 3, Karten 4... Ich hab mehr Punkte, bin trotzdem zweiter. Ne, ich hab weniger Punkte, verdammt. Ähm. Löffeln. ... ... ... ... ... ... Ich glaube, ich verliere gerade. Ich glaube, ich verliere gerade. Ich glaube, ich verliere gerade. Wer steigert die Aufstufe 2? Was bedeutet das denn? Verdammt noch mal. Die Richtung. Wow. Ja, du kriegst jetzt Minus. Ne, kriegst du nicht. I don't know. Ah, ha, ha, ha. Punkte verloren, du mieser. Bauer. Scheiße. There we go. Jetzt hab ich mehr Punkte. Ah, I don't get it. Ne, jetzt will ich in die Richtung. Wer hat auf alle Fälle so um 7% gestiegen. Was? Äh, ja, okay. Darf ich da jetzt, darf ich da nicht drauflaufen oder wie darf ich das verstehen? Feuersalbe. Mach mal eine 1. Ach. Erhalten. Umrundungsbonus, Feldbonus, Gesamt-Partenbonus. Ich hab viele Punkte behalten. Ich hab keine Ahnung warum. Äh. Erfüll mal eine Kommune, Gott, no. Ich möchte ja nach unten gehen. Ich verstehe alles Donnerwetter. Ja, das ist okay. Ähm. Ja. Jetzt ist eins von meinen Feldern. Ah, okay. Jetzt zah- Oh, okay, ich verstehe. Langsam, langsam, langsam komm ich in den Netz verstehe ich das langsam. Ich will da lang gehen. Schlüssel, Schwerdreiter, geht zum beliebigen Feld. Ja, das ist mich jetzt die Frage. Ich glaube, ich will zu dem Feld da links. Das grüne. Ja, können wir das überspringen, bitte? Dankeschön. Das da möchte ich, ja. Da möchte ich gerne hin. Aber dann kann ich nämlich ein beliebiges Feld steigern. Und zwar möchte ich dann gerne, wenn du da bist, in welche Richtung musst du denn gehen? Wenn ich Glück habe, und du hier rüberkommst, was natürlich ganz geil wäre, dann würdest du mir hier mal ein paar Punkte abdrücken. Aber ich glaube eher, dass du gar nicht da lang willst, ne? Du gehst wahrscheinlich nur im Kreis zu, Sack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfekt. Okay, wir gehen tatsächlich mal dorthin. Bonusfeld abkaufen, ja. Kostet viele Punkte, aber ist egal. Gehst du rüber, du gehst rüber. Aber warum auf das Feld? Okay. Lauf mal auf meine Felder, please. Felsstufen noch, stehen in Karten. Nein, machen wir nicht. Und jetzt machen wir hier was Richtiges. Eine 2, 4, ja, da ist die 2. Dankeschön. Jetzt noch mal eine 2 oder 3. 6. Okay. Also ja, das Spiel dauert länger, als ich es angenommen hatte. Ich hab gewonnen, oder? Ich hab gewonnen, ich hab genug Punkte. Yes! Ich hab keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Aber ich habe gewonnen. Saubere Aktion. Erhalten, Antigua. Oh, meine... Oh, was ich alles erhalten hab. 134... Oh! Okay, das lohnt sich, wenn man vielleicht versteht, wie das Ganze funktioniert. Ähm, okay. Ähm... 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 Ähm, ja, ja. Ja, das ist jetzt ein 30-Minuten-Part. Mission geschafft, dass eine Part... ...dien... Ähm, komm mal, warte, warte. Warte, 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 warte. Geil! Okay, Kommando-Fusion. Jetzt müsste ich eigentlich den einen, äh, Schwertwurf und den... Nichts anderes, warte ich nicht. Kann ich vielleicht das hier mit irgendwas... Auch eine Betäubungsklinge. Ist ja eine Scheiße. Antigra... Mit... Blitz. Gibt Antigrava. Hm, das ist interessant. Und was ist es andersrum, wenn ich hier Blitz reinmache und dann Antigrava? Gibt's trotzdem... Äh, Antigraf... Gibt's trotzdem Antigrava. Hm, hm. Möchte ich trotzdem tatsächlich gerne tun. Feuer und andere Elementarsche anerhören. Anzeite der Komboschläger erhöhen, das ist interessant. Obwohl Antigrava ist kein Anzeite der Komboschläger. Füge Fertigkeiten hinzu, die die Anzahl der LP-Kugeln erhöhen. Oder die Kugeln anziehen. Ja, machen wir mal. Charmeur. Sehr schön. Okay, äh, Deck verwalten. Ich hätte gerne... Äh... Statt Schwertfall... Mal Antigrava dahin gepackt. Ähm... Gut, wir machen mal hier einen kurzen Cut. Und ich werde... ...zämmen... 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 ...zämmen...